Die Objektklassen der SCP-Foundation Allen anomalen Objekten, Entitäten und Phänomenen, die Sicherheitsmaßnahmen bedürfen, wird zwecks Erforschungspriorität, Finanzierung und dergleichen eine Objektklasse zugeteilt. Wie ein Objekt klassifiziert wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, hauptsächlich jedoch von der Schwierigkeit der Eindämmung und der Gefahr für die Foundation und die Menschheit insgesamt. Die Klassifizierung einer Anomalie kann anhand neuer Forschungsergebnisse oder Veränderungen des Objekts ebenfalls geändert werden. Primäre Klassen Dies sind die gängigsten Objektklassen, die den Großteil der SCP-Datenbank ausmachen. Sicher Als sicher klassifizierte Anomalien sind entweder hinreichend erforscht, so dass sie vollständig und zuverlässig dauerhaft isoliert oder eingedämmt werden können, oder solche, deren anomale Effekte nicht auftreten, wenn sie nicht mit Absicht aktiviert werden. Dass eine Anomalie als sicher klassifiziert ist, bedeutet jedoch nicht, dass ihre Handhabung oder Aktivierung keine Gefahr birgt, weshalb alle Mitarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen stets einzuhalten haben. Euklid Objekte der Klasse Euklid sind Anomalien, die entweder unzureichend erforscht oder grundsätzlich unvorhersehbar sind, so dass eine zuverlässige Eindämmung bzw. Isolation nicht immer möglich ist, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, jedoch nicht für eine Klassifizierung als Käthe ausreicht. Die meisten Anomalien, die von der Foundation katalogisiert und eingedämmt werden, werden anfangs als Euklid klassifiziert, bis sie entweder hinreichend erforscht sind oder ein Gefahrenpotenzial gezeigt haben, dass sie für eine Keter-Klassifizierung qualifiziert. Insbesondere werden sämtliche Anomalien, welche eigenständig, empfindungsfähig und oder intelligent sind, aufgrund der natürlichen Unvorhersehbarkeit von Objekten, die von sich aus denken oder handeln können, mindestens als Euklid klassifiziert. Keter Als Keter-klassifizierte Objekte sind Anomalien, von denen eine grundsätzliche ernsthafte Gefahr für die Sicherheit von Personal der Foundation und dem Rest der Menschheit ausgeht und die entweder umfassenderer und komplexerer Sicherheitsmaßnahmen bedürfen oder die mit den derzeitigen Mitteln und Wissen der Foundation nicht vollständig eingedämmt bzw. isoliert werden können. Diese Anomalien gelten als die gefährlichsten und sämtlicher Forschung ist der Verbesserung der Eindämmungs- bzw. Isolationsmaßnahmen oder, als letztem Ausweg, der zeitnahen Neutralisation der Anomalie oder ihrer anomalen Effekte gewidmet. Sekundäre Klassen Die folgenden Objektklassen sind Unterklassen, die die primäre oder ehemalige Klasse des Objekts ergänzen. Neutralisiert Neutralisierte Anomalien sind solche, die nicht länger anormal sind oder die absichtlich oder versehentlich zerstört bzw. ausgeschaltet wurden oder aus einem anderen Grund nicht mehr funktionieren oder anomale Effekte aufweisen. Die Dokumentation neutralisierter Anomalien wird für die Nachwelt archiviert und für den Fall, dass die Anomalie ihre anomalen Effekte wiedererlangt oder in der Zukunft wieder erscheint. Erklärt Erklärte Anomalien sind solche, die vollständig erforscht und verstanden wurden, sodass ihre Effekte durch normale Wissenschaften erklärbar sind, sie fälschlicherweise oder irrtümlich als anormal eingestuft wurden oder die derart weit verbreitet und publik sind, dass eine Eindämmung nicht mehr möglich ist. Esoterische Klassen Die folgenden Objektklassen befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs normaler Klassifikationen. Taumiel Objekte der Klasse Taumiel sind streng geheime und sehr seltene Anomalien, die von der Foundation verwendet werden, um extrem gefährliche Anomalien, insbesondere als Keter-klassifizierte, einzudämmen oder ihren Effekten entgegenzuwirken. Selbst die Existenz von Taumiel-Objekten ist geheim und ihre Lage, Funktion und derzeitiger Status ist nur wenigen Personen außerhalb des O5-Rates bekannt. Die Existenz von Taumiel-Objekte der Klasse Taumiel-Objekte Ausg τα Taumiel-Objekte der Klasse Taumiel-Objekte der Klasse taumiel-Objekte der Klasse taumiel-Objekte der Klasse Éleinen-Namen,